Hallo ihr lieben Turnkinder, liebe Grüße aus der Eicherhalle. Wir wollen heute mit euch ein paar Lieder tanzen. Die, die mich nicht kennen, ich bin Isabel, Übungsleiterin. Das ist meine Tochter Rosalie und das ist meine kleine Tochter Alicia. Und wir wollen jetzt mit euch tanzen. Und wir fangen an mit unserem Begrüßungslied, was wir immer machen. Hallo, hallo, schön, dass ihr da seid. Hallo, hallo, schön, dass ihr da seid. Die Hacken und die Spitzen, die wollen nicht mehr sitzen. Die Hacken und die Zehen, die wollen weitergehen. Und im Schnee. Hallo, hallo, schön, dass ihr da seid. Hallo, hallo, schön, dass ihr da seid. Die Hacken und die Spitzen, die wollen nicht mehr sitzen. Die Hacken und die Zehen, die wollen weitergehen. Dann setzen wir uns nochmal hin. Und singen. Meine Hände sind verschwunden. Meine Hände sind verschwunden. Ich habe keine Hände mehr. Einer sind die Hände wieder. Was lassen wir noch verschwinden? Den Mund. Den Mund. Mein Mund, der ist verschwunden. Ich habe keinen Mund mehr. Ei, da ist der Mund ja wieder. La, 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 la. Wer ist die Nase? Okay. Meine Nase ist verschwunden. Ich habe keine Nase mehr. Ei, da ist die Nase wieder. La, 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 la. Das sind die Ohren. Meine Ohren sind verschwunden. Ich habe keine Ohren mehr. Ei, da sind die Ohren wieder. La, 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 la. Nur noch die Augen. Meine Augen sind verschwunden. Ich habe keine Augen mehr. Ei, da sind die Augen wieder. La, 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 la. Gut. Den Bauch. Den Bauch auch noch. Okay, letzte Runde. Mein Bauch, der ist verschwunden. Ich habe keinen Bauch mehr. Ei, da ist der Bauch, der wieder. La, 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 la. So, als nächstes tanzen wir den Rommelbommel. Dafür stehen wir auf. Wer zu Hause eine Trommel hat, kann eine Trommel dazu nehmen. Möchte einer von euch eine Trommel nehmen? So, okay, wir holen schnell unsere Trommel. So, dann haben wir die Trommel. So. Die Schläger. Und immer wenn Romm-Bomm-Bomm kommt, dann könnt ihr auch die Trommel draufschlagen. Die anderen machen einfach das mit, was Rosalie und ich machen. Muss ich die Musik mal kurz anmachen. Rommel, Rommel, gehen spazieren und ein neues Lied probieren. Dann kam er an, ein kleines Haus. Und lacht er an, wer schaut heraus. Meine alte Hexe, die rüttelt doch der Romm. Und die Trommel, und die Trommel, die macht Romm, Romm, Romm. Und die Hexe, und die Hexe, die macht mit Romm, Romm. Rommel, Rommel, gehen spazieren und ein neues Lied probieren. Rommel, kam er an, ein kleines Haus. Lacht er an, wer schaut heraus. Eine schlauze Katze, die macht den Buckelkopf. Und die Trommel, und die Trommel, die macht Romm, Romm. Und die Katze, und die Katze, die macht mit Romm, Romm. Und die Hexe, und die Hexe, die macht mit Romm, Romm. Rommel, Rommel, gehen spazieren und ein neues Lied probieren. Dann kam er an, ein kleines Haus. Klopft er an, wer schaut heraus. Eine fette Kröte, die rüttelt doch der Romm. Und die Trommel, und die Trommel, die macht Romm. Und die Kröte, und die Kröte, die macht Romm. Und die Katze, und die Katze, die macht mit. Und die Hexe, und die Hexe, die macht mit Romm. Rommel, Rommel, die spazieren und ein neues Lied probieren. Dann kam er an, ein kleines Haus. Klopft er an, wer schaut heraus. Eine gelbe Rübe, die fährt auch einmal um. Und die Trommel, und die Trommel, die macht mit Romm. Rommel, Romm. Rommel, Romm. Super gemacht. So, wir machen hier Pause. Und als nächstes Lied wollen wir Aramsamsam machen. Dafür könnt ihr euch auf den Boden setzen. Ihr könnt euch so hinsetzen, wie die Rosalie. Dann habt ihr auch noch ein bisschen Dehnung gleich dabei. Oder ihr könnt euch so hinsetzen, wie ich. So, dann könnt ihr hier so auf eure Oberschenkel klopfen. Und hier müssen wir mal die Rommel wieder abnähen. Ich rieche sie so auf und dann die. Also wieder liegen lassen? Ja. Okay. Oh, da heißt mal wieder Rommel, Rommel. Ja, wir machen bald mal wieder Rommel, Rommel. Ich dachte, den räumen Sie ein bisschen weg, damit du nicht drüber stolperst. So, und dann starte ich die Musik. Das heißt noch mal, der Rommel, Rommel. Und jetzt ganz langsam. Ein wenig. Schneller. Lauter und schneller. Und könnt ihr noch lauter und schneller. Und schneller. Super. Ne, wir machen jetzt nicht noch mal Rommelbomben, wir machen noch mal was anderes. Und zwar machen wir noch den Körperteile-Boost. Der ist schon wirklich richtig schwierig. Dafür müsst ihr mal aufstehen. Und gleich geht's los. Ihr macht einfach nach, was wir vormachen. Das geht vom Kopf bis Fuß, vom Kopf bis Fuß. Eine Hand zum Fuß und noch eine Hand zum Fuß. Wir machen Wink, 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 Wink. Für linker Partei-Bluss. Für linker Partei-Bluss. Der Traum ist der Kopf und auf ihm sind die Haare. Wir drehen mit den Augen und riechen mit der Nase. Der Ritter ist der Hund, wir helfen mit dem Ohr und haben 28.10. Wir singen jetzt im Chor, das geht von hauptsächlich los. Auf hauptsächlich, eine Hand zum Fuß und auf eine Hand zum Tisch. Wir machen Wicke, 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 Wicke für den Körperteil. Für den Körperteil. Wir kommen auf den Hals, daneben ist die Schulter. An mir ist der Arm und guckst du an, runter ist da die Hand. Mit der Reimansicht der Bauch, darüber ist die Brust. Jetzt singen alle lau, das geht von Kopf bis Fuß, von Kopf bis Fuß. Eine Hand zum Fuß und noch eine Hand zum Fuß. Wir machen Wicke, 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 Wicke für den Körperteil. Für den Körperteil. Wir machen die Hüfte und Sattel mit dem Fuß. Der Held und Kiel am Bein, genau so soll es sein. Und im Kreis. Wir machen Wicke, 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 Wicke für den Körperteil. Und im Kreis. Für den Körperteil. Und im Kreis. Wunderbar. Ihr habt bestimmt ganz, ganz, ganz toll mitgemacht. So, wir setzen uns nochmal kurz hin. Denn wir singen ja unser Abschlusslied immer noch. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Freude mit uns. Mama, ich will wieder spielen. Ja, genau. Wir singen jetzt noch das Abschlusslied und dann kannst du wieder spielen. Eins, zwei, drei. Das Tanzen ist vorbei. Alle Kinder gehen nach Haus. Denn das Tanzen ist jetzt aus. Eins, zwei, drei. Das Tanzen ist vorbei. Ich mag dich, du magst mich. Darum sing ich jetzt ein Lied für dich. Und zum Abschluss, da gibt's einen dicken Kuss. Und dann ist für heute Schluss. Tschüss, macht's gut.